Hallo was geht und herzlich willkommen zurück. Das ist das erste Lightroom Tutorial auf diesem Kanal und heute geht es um das Thema Lightroom einfach erklärt. Wie du es am Ende von diesem Video schaffst, deine Fotos und Videos in Lightroom zu importieren, die Fotos in ersten Schritten zu bearbeiten und dann sogar zu exportieren und auf Instagram hochzuladen. Das ist Teil 1 einer kleinen Videoserie und am Ende dieser Videoserie bist du in der Lage aus diesem Foto das zu machen und ich wünsche dir sehr viel Spaß und wir springen direkt einmal rein. Wir sind jetzt hier auf meinem Desktop angekommen und hier unten seht ihr schon das super schöne Symbol, das steht nämlich für Lightroom Classic. Es gibt nämlich zwei verschiedene Versionen von Lightroom, wie ihr sehen könnt. Wo könnt ihr das sehen? Wo könnt ihr das sehen? Photography vielleicht. Genau, es gibt hier einmal das Lightroom und Lightroom Classic. Hier steht schon der Cloud basierte Fotoservice, bedeutet ihr könnt es auf eurem Smartphone verwenden, auf eurem Laptop, wo auch immer. Aber die Version ist anders und wir arbeiten heute mit der Version Lightroom Classic. Da gibt es in meiner Wahrnehmung mehr Optionen, mehr Möglichkeiten und das ist einfach das, womit ich arbeite und deswegen springen wir da mal direkt rein. Wir öffnen das einmal hier, sonst könnt ihr das auch hier oben in die Suchleiste eingeben, Lightroom Classic und es wird erscheinen. So, es öffnet. Oh, und wie ihr seht, ist hier schon ein Bild. Das dürft ihr eigentlich noch gar nicht sehen. Und zwar, was wir machen, normalerweise, wenn ihr das öffnet, landet ihr hier auf dieser Website, auf dieser Website, in diesem Fenster. Und dann, das erste, was ihr machen müsst, ist einen neuen Katalog erstellen, wenn ihr zum ersten Mal neu bei Lightroom seid. Ein Katalog ist einfach quasi eine Art Speicherort für die ganzen Bilder, die zu einem bestimmten Trip einfach dazugehören und ihr da die rein importieren könnt. Ich habe mir schon mal einen Ordner angelegt, denn ihr klickt auf File, New Catalog oder Neuer Katalog. Und dann könnt ihr den Speicherort dieses Katalogs auswählen. Ich habe jetzt zwischen einen angelegt, unter Tutorials und dann 1 und dann dieser Katalog. Ich erstelle jetzt nochmal für euch einen neuen Ordner und dann den 1 Real. Wir sind hier nämlich im Real Live. Ich habe das Tutorial nämlich gerade schon mal aufgenommen und da gab es ein paar Probleme mit der Kamera. Deswegen createn wir den jetzt, den neuen Katalog. Und wie ihr seht, startet sich Live-Room nochmal komplett neu und der neue Katalog öffnet sich. So, jetzt sind wir angekommen. Und wie ihr seht, gibt es hier schon verschiedene Fenster, die ihr benutzen könnt. Bibliothek entwickeln, Karte, Buch, Slideshow, Druck und Web. Und zwar konzentrieren wir uns in diesem Tutorial und am Anfang nur auf diese beiden Kategorien. Nämlich Bibliothek, Library und Develop entwickeln. Alles andere wird euch nur verwirren und wir konzentrieren uns hier auf das Wesentliche. Und das ist eigentlich das, was ich in 99% der Fällen verwende. Deswegen, um es für euch easy zu halten, machen wir das. So, wir sind jetzt bei Bibliothek. Und in die Bibliothek seht ihr schon, könnt ihr jetzt Dateien importieren. Und das macht ihr wie folgt. Entweder ihr macht den Doppelklick oder zieht die Dateien hier rein. Oder ihr geht hier oben auf File, z.B. Dateien und dann Import Fotos in Videos. Da klicken wir rauf und dann öffnet sich das schöne Fenster. Und dann könnt ihr auswählen, wo eure Fotos gespeichert sind und von wo sie importiert werden sollen. Denn bei mir ist das hier gerade Travel, Roadtrip, Summer, Roadtrip und dann Fotos und dann A7 Mark III. Und wenn ich darauf klicke, seht ihr gleich, noch nicht jetzt, wie sich ganz viele Fotos öffnen. Alle Fotos, die wir halt auf diesem Trip gemacht haben. Und wie ihr seht, sind das eine Menge. Und die sind noch alle markiert. Bedeutet, wenn ich jetzt auf Importieren klicke, sind alle bei mir drin. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt nämlich nur ein Foto haben. Also machen wir diesen Haken hier wieder weg. Und suchen uns das Foto raus, das wir haben wollen. In unserem Fall ist das das Foto hier. Dieses Foto wollen wir heute bearbeiten oder in den nächsten Tutorials bearbeiten. Bedeutet, es wird jetzt importiert. Jetzt ist es hier im Katalog drin. Und jetzt können wir auf Entwickeln gehen und das Foto bearbeiten. So, in den Wickeln gibt es jetzt auch verschiedene Ansichten. Wir haben hier unten einmal eure ganzen importierten Bilder. Da könnt ihr halt durchswitchen, falls ihr mehrere habt. Dann haben wir hier links verschiedene Presets. Hier gibt es schon von Adobe vorgegebene Presets. Hier gibt es dann die Presets, die ihr gekauft habt. Und natürlich die Presets, die ihr vielleicht mal irgendwann selber erstellen wollt. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt hier raufklicken würde, wie sich das komplette Bild durch einen Klick verändern. Wie ihr das macht, seht ihr mal in einem anderen Video. Heute geht es jetzt erstmal um die Grundlagen. Wir wollen euch erstmal richtig rein starten. Und danach können wir weitergehen und gucken, was hier in Lightroom alles möglich ist. Und das ist ultra viel möglich. Ultra viel. So, wir arbeiten mit dem, was hier rechts ist. Das Erste, was ich mache, ist das Bild zuschneiden. So, jetzt könnt ihr euch überlegen. Soll das Bild Querformat sein? Soll das Bild Hochformat sein? Wollt ihr es für Instagram hochladen? Denn wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir das Bild so lassen wollen. Genau so lassen. Ich erkläre euch nochmal in einem anderen Video, wie man das optimal für Instagram zuschneidet. Aber wir lassen es einfach mal so. Wie ihr seht, könnt ihr dann hier verschiedene Sachen auswählen. Jetzt aber erstmal nicht relevant. Wir gehen jetzt nämlich erstmal auf Basic. Da fangen wir nämlich an. Und ich gehe das Ganze kurz mit euch durch. Denn wichtig zu verstehen ist, erstens, dass alles, was ich jetzt hier gleich mache, die ganzen Werte, die dabei rauskommen werden, sind für dieses Foto und sind für mich. Meine subjektive Wahrnehmung davon, wie das Foto aussehen soll am Ende. Und auf dieses Foto angepasst. Das heißt nicht, dass das die Werte sind, die ihr übernehmen sollt. Wichtig für euch jetzt in diesem Video ist zu verstehen, was bedeutet jeder einzelne Slider hier rechts und was könnt ihr damit machen? Und wie könnt ihr das einsetzen? Und die Umsetzung, die ist dann sehr individuell, subjektiv und bei jedem natürlich unterschiedlich. Fangen wir hier oben also an. Das ist die White Balance, also der Weißabgleich. Der sieht in dem Fall halt geil aus in dem Foto. Aber es kann passieren, dass aus der Kamera, falls ihr White Balance nicht richtig eingestellt habt, dass das Foto auf einmal so aussieht. Oder sowas sieht. Und dann könnt ihr, indem ihr die White Balance anpasst, euer Foto so machen, dass die Temperatur des Bildes für euch stimmig ist. Oder wie es eigentlich natürlich sein sollte. Und bei allen Veränderungen, die ihr hier vornehmt, zum Beispiel das Bild ist jetzt so, und ihr denkt, ich will es eigentlich wieder auf Standard haben, ihr kennt den Wert aber nicht mehr, dann macht ihr Doppelklick und nochmal Doppelklick und seht ihr, es ist wieder auf Standard eingestellt. Das gleiche ist hier. Ihr könnt ihr halt pink und grün verändern. In dem Fall lassen wir das so, machen wieder Doppelklick und das passt. Diese Sachen wirklich nur anfassen, auch wenn ihr wirklich, wenn massiv euer Bild irgendwie scheiße aussieht. Ihr könnt damit nämlich auch ganz schnell mal über die Stränge schlagen und euer Bild auch immer so aussehen lassen. Was nicht viel Veränderung ist an Zahlen, aber ihr seht schon einen riesen Unterschied. So, kommen wir zu dem Allerwichtigsten und das ist nämlich am Anfang die Belichtung. Denn bevor ihr irgendwelche Wolken orange macht oder die Farbe des Bildes komplett verändert, muss natürlich erstmal die Belichtung stimmen. Und im Idealfall ist die Belichtung schon optimal, wie das Foto aus der Kamera kommt quasi. In dem Fall bin ich mit der Belichtung extrem zufrieden. Wie ihr ein Bild richtig belichtet innerhalb der Kamera, kann ich auch nochmal ein Video drüber machen, falls ihr das wünscht. Habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, falls du ein Tutorial haben willst, wie man Bilder schon direkt in der Kamera richtig belichtet, sodass man im Nachhinein in der Postproduktion damit leichter arbeiten kann. So, falls euer Bild nicht korrekt belichtet ist, könnt ihr das hier anpassen. Der erste Slider ist nämlich, wie gesagt, die Belichtung. Macht das komplette Bild entweder heller oder dunkler. In dem Fall lassen wir das jetzt so, wie es ist. Ich finde es mega geil. Und der zweite Slider ist der Kontrast. Wie ihr seht, spielt damit einfach mal ein bisschen rum. Wenn ihr runter macht, sieht ein bisschen aus wie ein Geist, der da rumschwebt. Und wenn ich es heller mache, bin ich halt die übelst krasse Silhouette. Und der Kontrast macht das Bild natürlich kontrastreicher. Bedeutet konkret, dass die hellen Töne des Bildes heller werden und die dunklen Töne des Bildes dunkler werden. Also Highlights hoch, Schatten runter. Und so entsteht mehr Kontrast. Auch Farben werden dadurch intensiver. Dann haben wir hier die Highlights. Die Highlights sind die hellsten Töne eures Bildes. Also in dem Fall hier, der Part, die Wolken, der Himmel. Oder meistens ist es sowieso immer der Himmel. Wie ihr seht, kommt viel mehr Struktur rein, wenn ich die Highlights runterschraube. Also die Belichtung der Highlights geht runter. Und man sieht mehr von den Wolken. Andersrum sieht man weniger davon. Das machen die Highlights. Schatten auch ganz easy, die dunkelsten Töne im Bild. In dem Fall ich. Und halt der Fleck hier so. Und die Berge natürlich hier auch. Und wie ihr seht, wenn ich daran rumspiele, verändert sich genau diese Bereiche. Wären entweder heller oder werden dunkler. Weiß verändert sich tatsächlich nur das Weiße im Bild. Also das allerhellste. Seht ihr auch ganz klar. Und bei Schwarz, Schwarz, also absolut. Es ist tatsächlich nicht viel Unterschied zu den Highlights und den Schatten. Aber werdet ihr noch merken, da gibt es einen kleinen feinen Unterschied. Weil es sich wirklich hier nur auf die schwarzen Stellen konzentriert und auf die weißen Stellen. Und nicht zum Beispiel auf dunkelblaue. Natürlich immer ein bisschen, aber ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Müsst ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren. So, eine Sache, wo ich euch noch ganz kurz in diesem Bild reinführe, ist das hier. Presence. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Aber hier haben wir einmal Textur, Klarheit und Dehaze. Also Textur, Clarity und Dehaze. Entnebel. Oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aber hier könnt ihr, guckt mal auf die Wolken. Wenn ich da ein bisschen rumspiele, wird die Textur der Wolken einfach viel krasser. Oder hier unten auch. Damit, in dem Fall ist es ein Landschaftsbild. Das heißt, ihr könnt damit ein bisschen mehr rumspielen. Gleiche gilt für Klarheit. Also damit kann man extrem viel machen. Genau deswegen sollte man mega vorsichtig sein. Im Normalfall gehe ich nicht über den Wert 30 hinaus. Meistens nicht über 15. Das kann sehr schnell einfach sehr surreal wirken. Muss man aber einfach austesten. Dehaze, falls ihr halt Nebel habt. Falls ihr es, ja. Einfach ausprobieren. Dehaze ist auch so eine Sache. Verwende ich sehr selten. Außer wenn es wirklich halt irgendwo neblig war und ich Sache klarer machen will. Oder halt das Gegenteil, das ein bisschen verschwommener machen will. Ist auch so eine Art stilistischer Effekt. Aber nicht mega wichtig jetzt für euch. Dann haben wir hier unten zwei wichtige Sachen, die sehr ähnlich sind, aber doch unterschiedlich. Nämlich Sättigung und Dynamik oder Vibrance. In dem Fall Vibrance hoch, Vibrance runter, wird schwarz-weiß, wird alles viel farbiger. Sättigung sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Der Unterschied zwischen Vibrance und Sättigung ist, dass bei Sättigung alle Farben einfach mehr gesättigt werden, intensiver werden. Weil Dynamik soll es eigentlich so sein, dass es mehr ausgeglichen wird. Und Farben, die nicht ganz so präsent sind, so ausgeglichen werden, sind angehoben werden, dass das Bild ausgeglichen ist. Müsst ihr mal mit rumspielen. Gibt auch wieder einen kleinen, aber feinen Unterschied. So. Bevor wir jetzt anfangen. Eine ganz kleine Sache. Und das ist das hier. Ich will das euch direkt erklären, weil ich damit immer arbeite und ich das extrem wichtig finde. Das ist die Tonkurve. Und als Channel ist hier jetzt eingestellt, RGB bedeutet Rot, Grün, Blau. Man kann auch jede Farbe einzeln bearbeiten, einstellen. Ich arbeite aber mit RGB, also mit dem kompletten Bild. Und habe hier Linear drin. Und dann könnte ich hier theoretisch Punkte setzen und die nach oben und unten ziehen. Und zwar ist das so aufgebaut, dass hier unten die dunkelsten Töne sind und hier oben die hellsten Töne. Bedeutet, wenn ich jetzt hier was ändere, werden die Schatten verändert, die dunklen Töne. Wenn ich hier oben was verändere, werden die hellen Stellen betroffen. So. Im Normalfall fange ich immer an mit einer S-Kurve. Und eine S-Kurve bedeutet, dass ich die Schatten runterziehe, die Highlights hoch. So entsteht ein S und so entsteht mehr Kontrast im Bild. Das machen wir jetzt einmal kurz. Ich ziehe die Schatten ein bisschen runter. Ich ziehe die Highlights ein bisschen nach oben. Und die Mitteltöne sind auch sehr individuell. Ich mache die in dem Fall ein ganz kleines bisschen nach oben. Also wirklich nur ein minimales Stück. Ist aber von Bild zu Bild unterschiedlich. Und auch natürlich nach Geschmack. So. Das hier, wenn ihr das hier anhebt, hebt ihr quasi die Schwarztöne an. Und es gibt unten rechts, seht ihr das, so einen leichten Fade rein. Ist auch sehr stilistisch. Ich mache ein ganz kleines bisschen. So. Jetzt fangen wir an, das Bild zu bearbeiten. Das wird ein kleiner Quickie. Das Wichtigste ist wirklich nur einfach, das für euch zu verstehen. Ich finde, das Bild hat schon mega geil bearbeitet. Ich finde jetzt, in dem Fall sind die Wolken einfach noch ein bisschen zu hell. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Struktur drin. Ich würde die ein bisschen mehr rausstechen sehen. Ich haue die Highlights tatsächlich auf minus 100. Ganz zurück. Bei den Schatten ist es jetzt so. Ich würde halt sichtbar werden. Ich finde aber, ich wirke dann extrem ausgewaschen. Und ich liebe diese Silhouette. Ich finde, das hat was extrem Geiles, Magisches in dem Bild. Deswegen haue ich die Highlights, die Schatten ein ganz bisschen hoch. Man sieht ein ganz bisschen mehr Struktur, Umrisse von mir. Aber die Silhouette bleibt vorhanden. Dann Kontrast. Mache ich ein bisschen rein. Pusht ein bisschen die Highlights nach oben. Die Schatten nach unten. Dann Whites. Whites und Blacks kann ich euch noch einen super Spezial-Tipp geben. Wenn ihr Option auf eurem Mac-Book oder auf den Mac klickt. Option. Und dann zieht ihr auf diesen Slider. Und dann seht ihr, wenn ihr nach links und rechts zieht, dass sich auf einmal weiße Punkte bilden. Und die weißen Punkte sind Indikatoren dafür, dass an einer bestimmten Stelle des Bildes, das Bild dann überbelichtet ist. Und so könnt ihr genau gucken, oder das Weiß so hochziehen oder so machen, dass nichts überbelichtet ist, falls ihr das wollt. Vielleicht wollt ihr auch stylistisch manche Sachen bewusst überbelichten. Das ist natürlich euch überlassen. Aber nur damit ihr das Feature kennt und auch benutzen könnt. Dann haben wir bei den Blacks oder Schwarz ist es genau dasselbe. Hier, manchmal sieht man Sachen nicht so genau. Ich habe das jetzt ein bisschen nach oben gezogen. So, genau. Texture mache ich in dem Fall ein bisschen nach oben. Und die Wolken ein bisschen klarer sind. Die Klarheit ein bisschen raus. Das Bild wird einfach noch knackiger, ein bisschen prägnanter. Und mehr würde ich jetzt, man könnte theoretisch die Vibrance ein bisschen hochhauen. So, mehr würde ich jetzt bei dem Bild erstmal nicht machen. Im zweiten Schritt würde es jetzt dazu gehen, die Farben zu verändern. Die Blautöne, die Rottöne, die Gelbtöne, alles anzupassen. Dann würde ich das Bild ein bisschen verzehren. Ich würde einfach ein paar Feinheiten machen, damit das Bild von dem Bild zu dem Bild wird. Und letztendlich kommt da die Magie so ein bisschen rein, wenn wir das Foto bearbeiten. Letztendlich kommt da die Individualität rein. Im ersten Video oder im ersten Schritt geht es erstmal darum, das Bild quasi bearbeitungsready zu machen. Auf den Stand zu bringen, wo das Bild komplett geil belichtet ist. Sodass wir weitermachen können. Und das ist es jetzt. Falls ihr jetzt angucken wollt, wie es vorher und nachher aussieht. Klickt ihr auf Y. Da seht ihr links das Vorherbild. Ups. Und rechts das Nachherbild. Und wie gesagt, da kann sich noch einiges verändern. Ich zeige euch auch noch in weiteren Videos, wie ihr diese Striche hier wegbekommt. Sodass alles schön gleichmäßig aussieht. Das sind nämlich Sensorkratzer. Hier auch. Und einfach, wie ihr weitere kleine Tricks machen könnt, damit eure Bilder aufs nächste Level kommen. Und ihr euch künstlerisch voll da reinfallen lassen könnt. Und euren eigenen Stil entwickeln könnt. Genau, aber das gibt es im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es euch ein Mehrwert gebracht hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, was ihr daraus gelernt habt. Und was ihr vielleicht noch für grundlegende Tipps habt. Und dann abonniert den Kanal für weitere Lightroom-Tutorials, für Film-Tutorials. Und wie ihr eure Leidenschaft findet. Genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für deine Energie. Dass du bis jetzt hier mit dabei warst. Dass du den Schritt wagst und deine Bilder selbstbestimmt bearbeiten willst. In Lightroom eintauchen willst. Das ist mega cool. Feier ich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, bis dahin. Marius Michler. Marius Michler.